So, Hallihallo, wir sind zurück nach 6 Wochen Sommerpause. Auch wir waren im Urlaub und deswegen sind wir jetzt erst wieder beim Auto. Der Abraham, der hilft hier ein bisschen mit. Genau, wir waren wieder beim Caritas Auto und haben so einiges bekommen. Natürlich kommt man damit nicht mehr über die ganze Woche mit 8 Personen. Da müssen wir zukaufen, aber das ist nicht schlimm. Das gab es diese Woche alles. Ich denke, man kann das ganz gut erkennen. Und für dieses ganze Essen, das ganze Nahrungsmittel, haben wir dieses Mal knapp 20 Euro bezahlt.